6.019 zu 17 Fazit Zu deutsch, ich weiß nicht, wie wir das heute gewonnen haben, lässt sich der PSG-Geschäftsführer nach dem 29 zu 28 Erfolg über die SG Flensburg-Handewitt zitieren. 6.019 zu 17 Letztlich schüttelte das Team von Mike Machula seinen Gegner aber zu keinem Zeitpunkt ab. Paris erspielte sich immer mal wieder 3 zu 0 Läufe im Laufe des Spiels und stellte somit auch nach einer Viertelstunde auf 6 zu 6. Der 15.12 Halbzeitstand war gerechtfertigt, weil die Flensburger Deckung im zweiten Teil der ersten Hälfte einen herausragenden Job machte. Nach dem Seitenwechsel verpassten die Weißen es davon zu ziehen und so kam Paris in Person von Henrik Toft Hansen zum 25 zu 25. In der Folge war es spitz auf Knopf, alles war möglich. Natürlich auch ein Sieg für Flensburg, dessen Simon Jebsen jedoch im entscheidenden Moment eine große Chance ausließ. Stattdessen sammelte sich PSG nochmal beim Spielstand von 28 zu 28 und spielte dann seinen letzten Angriff erfolgreich aus. Somit bleibt der französische Spitzenklub ungeschlagen und Flensburg reist ernüchtert zurück in die Heimat. Am Mittwoch LED der deutsche Meister Paris dann zum Rückspiel ein. Danke fürs Mitlesen und bis dahin, 6.019 05 Tor für Paris Saint Germain 29 zu 28 durch Evergadier quasi mit der Schlusssirene stellt er eine wechselte Evergadier doch noch auf 29 zu 28. So glücklich der Siegtreffer letztlich ist, den haben die Pariser auf Linksbären stark freigespielt in der Kürze der verbleibenden Zeit, 6.019 04. Jetzt gilt es für Flensburg schlichtweg nur noch den Punkt zu verteidigen. Es bleiben 20 Sekunden auf der Uhr und Raue Gausalès nimmt seine letzte Auszeit. Schafft Paris noch den Führungstreffer? Den einen Angriff wird es noch geben, 6.019 03. Das gibt es doch auf keinem Schiff. Ausgerechnet jetzt, die letzte Minute ist soeben angelaufen, scheitert Simon Jebsen an Thierry Omeyer. Der 42-Jährige ist so schnell unten wie eine Katze, 5.919 01 Tor für Paris Saint Germain 28 zu 28 durch Nedim Remili 5.819 01 Tor für SG Flensburg Handewitt 27 zu 28 durch Goran Johannessen 5.719 01. In den Führungstreffer in Paris ist die Spannung in der französischen Hauptstadt zu erfassen. Keiner weiß, wie das Spiel ausgehen wird. Aber beide wollen das Ding jetzt natürlich gewinnen. 5.719 0-0 Tor für Paris Saint Germain 27 zu 27 durch Nedim Remili 5.618 zu 58 Tor für SG Flensburg Handewitt 26 zu 27 durch Simon Jebsen. Jawohl! Nachdem Mikkel Hansen an Benjamin Buric scheitert, kann Flensburg zum ersten Mal seit einer Viertelstunde wieder in Führung gehen. Der freche Flachwurf aus der Distanz von Simon Jebsen zappelt im Gehäuse. 5.518 zu 58 Tor für SG Flensburg Handewitt 26 zu 26 durch Rasmus Laugisch mit 5.418 zu 58 Mike Machuller greift noch einmal in die Trickkiste der taktischen Mittel. Er gibt seiner Mannschaft in der letztmöglichen Auszeit weitere Anweisungen mit auf den Weg. Kann die SG diese umsetzen? 5 Minuten bleiben. 5.318 zu 56 Tor für Paris Saint Germain 26 zu 25 durch Uwe Gensheimer Paris zieht den 7 Meter, weil Magnus Jondal sich ungeschickt in den Raum stellt. Wie schon im ersten Durchgang ist Uwe Gensheimer erfolgreich. 5.218 zu 54 Die SG agiert jetzt auch einfach zu hektisch. Simon Jebsen hat überhaupt keinen Grund schon so früh abzuschließen, sondern könnte das Spiel eigentlich noch weiter aufziehen. Stattdessen scheitert er beim Wurfversuch an Thierry Omeyer. 5.118 zu 53 Tor für Paris Saint Germain 25 zu 25 durch Henrik Toft Hansen. Nachdem beide Teams sich zunächst zweimal nicht auszeichnen, setzt er eine wechselte Henrik Toft Hansen den torlosen Minuten ein Ende. Ausgerechnet der Ex-Flensburger macht hier den Ausgleich. 4.918 zu 51 Tor für Paris Saint Germain 24 Uhr 25 durch Mikkel Hansen das ist bitter für die SG. Holger Glandorf scheitert an der Fußabwehr vom immer besser werdenden Sadio Ntanzi. Auf der Gegenseite markiert Mikkel Hansen den Anschluss aus dem linken Rückraum. 4.918 zu 49 Tor für Paris Saint Germain 23 Uhr 25 durch Mikkel Hansen die blauen lassen sich in dieser Phase des Spiels einfach nicht abschütteln. Kim Ek-Daldu Riz bedient Mikkel Hansen mit einem langen Ball und er haut das Leder in die Maschen. 4.818 zu 48 Tor für SG Flensburg Handewitt 22 Uhr 25 durch Rasmus Laugeschmidt 4.718 zu 47 Tor für Paris Saint Germain 22 Uhr 24 durch Benoit Kuhnkaut 4.618 zu 45 und 40 Tor für Paris Saint Germain 21 Uhr 24 durch Benoit Kuhnkaut 4.518 zu 45. Selten sieht man, dass eine Auszeit so fruchtet wie die von Mike Machula eben. Raul Gausales erhofft sich einen ähnlichen Erfolg und winkt eine Viertelstunde vor dem Ende ebenfalls mit der grünen Karte. 4.518 zu 44 Tor für SG Flensburg Handewitt 20 Uhr 24 durch Holger Glandorf Die SG kommt in Person von Holger Glandorf entschlossen über die rechte Seite. Der Routinier täuscht einmal den Wurf an und bringt damit Thierry Omeyer zum Flug in die Ecke. Schließlich jagt er das Ding aus 9,5 Meter rechter Position in die andere. Bockstark 4.418 zu 43 Tor für SG Flensburg Handewitt 20 Uhr 23 durch Simon Jebsen 4.318 zu 43 Tor für SG Flensburg Handewitt 20 Uhr 22 durch Magnus Jondal 4.318 zu 43 Mike Machula reagiert auf den Drei-Tore-Lauf der Gastgeber und nimmt seine zweite Auszeit. Sein Kompakt-Männer lautet das Appell an seine Schützlinge. Kann seine Sieben den Befehl umsetzen und die Pariser Offensive in Schach halten. 4.218 zu 41 Tor für Paris Saint-Germain 20 Uhr 21 durch Nedim Remili 4.118 zu 37 Tor für Paris Saint-Germain 19 Uhr 21 durch Nedim Remili Diesmal trifft Simon Jebsen beim Sprungwurf nicht, weil Thierry Omeyer auf seinem Posten ist. Flensburg sorgt durch eine schnelle Rückwärtsbewegung zwar dafür, dass Paris den Gegenstoß verschleppt, aber PSG findet letztlich doch noch Nedim Remili, der die herzige Pille ins Netz wuchtet. 4.018 zu 37 Tor für Paris Saint-Germain 18 Uhr 21 Durch Benoit Kuhnkau 3.918 zu 37 Tor für SG Flensburg-Handewitt 17 Uhr 21 Durch Simon Jebsen 3.918 zu 36 Tor für Paris Saint-Germain 17 Uhr 20 Durch Sander Sargosen 3.818 zu 36 Die Gäste geben sich auch im zweiten Durchgang überhaupt keine Blöße. Schwinden die Kräfte gegen das Star-Ensemble noch oder kann die SG auch in den Schlussminuten an seine bisherige Leistung anknüpfen? Wir sind gespannt. 3.818 zu 34 Tor für SG Flensburg-Handewitt 16 Uhr 20 durch Lasseswahn mit einem ganz feinen Pass spielt Simon Jebsen auf der rechten Außenbahn Lasseswahn frei, der seine Pflichtaufgabe erfüllt. 3.718 zu 34 Rodrigo Corrales bezahlt eine Parade teuer und muss verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kommt nun Thierry Omeyer auf die Platte. Wir drücken dem Schlussmann der Pariser die Daumen, dass es eine schnelle Genesung wird. 3.718 zu 33 Tor für Paris Saint-Germain 16 Uhr 19 durch Mikkel Hansen 3.618 zu 32 Tor für SG Flensburg-Handewitt 15 Uhr 19 durch Simon Jebsen 3.618 zu 30 Tor für Paris Saint-Germain 15 Uhr 18 durch Luka Karabatic zu selten gelingen dem Favoriten-Situation wie diese. Hier findet der Gruppenprimus Luka Karabatic am Kreis, der nach einer schnellen Drehung rechts unten einwirft. 3.518 zu 29 Tor für SG Flensburg-Handewitt 14 Uhr 18 durch Simon Halt Die deutsche Vertretung bleibt im Gegenstoß gnadenlos. Simon Halt hat im Alleingang keine Mühe, gegen Rodrigo Corrales einzuschieben 3.418 zu 29 Tor für SG Flensburg-Handewitt 14 Uhr 17 durch Simon Jebsen 3.318 zu 27 Tor für Paris Saint-Germain 14 Uhr 16 durch Sander Sargosen 3.318 zu 26 Tor für SG Flensburg-Handewitt 13 Uhr 16 durch Goran Johann Essen 3.218 zu 26 Tor für Paris Saint-Germain 13 Uhr 15 durch Sander Sargosen 3.018 zu 18 Halbzeit-Fazit gut ab vor der Leistung der Flensburger im ersten Durchgang. Die Mannschaft von Mike Machula führt verdient auf französischem Hallenboden und profitiert von seiner Effizienz, während die Pariser mit der Chancenverwertung hadern dürften. So geht es mit 15.12 Uhr aus Sicht des deutschen Meisters in die Pause. Die Schleswiger haben hier von Beginn an mitgehalten und gleich im ersten Angriff die Parade von Benjamin Buric in einen Big Point umgemünzt. Denn obwohl Paris den Anwurf hatte stand es nach wenigen Minuten 3 zu 1 für die SG. Paris kam wieder ran und plötzlich stand es 6 zu 6. In dieser enorm wichtigen Phase ließ sich das Machula-Team nicht lumpen und agierte vorne weiterhin effizient. Mithilfe eines 5 zu 2 Laufs stellte der deutsche Meister dann zum ersten Mal einen 3-Tore-Vorsprung her, den er bis zur Pausenserie erhalten konnte. Die 100%-Quote von Uwe Gensheimer beim 7 Meter hält die Hauptstädter bislang im Spiel. Wir sind gespannt auf den zweiten Durchgang, in dem der Favorit nun gefordert und die SG dazu angehalten ist, genauso weiterzumachen. Bis gleich 3.018 zu 10, weil Kim Ekdal-Duriz am Gebirge scheitert, hat die SG jetzt sogar die Chance, noch vor der Pause auf 4 vorzustellen. Das musste er Anspruch sein 40 Sekunden vor dem Ende. 2.918.09 Tor für SG Flensburg-Handewitt 12.15 Uhr durch Goran Johannessen und die klappen heute einfach. Mit seinem dritten Treffer aus dem Hinterhalt hält Goran Johannessen die Pariser weiter. Auf Distanz, 2.818.08 Tor für Paris Saint-Germain 12.14 Uhr durch Uwe Gensheimer 2.818.08 Tor für SG Flensburg-Handewitt 11.14 Uhr durch Magnus Jondal 2.718.07 2 Minuten für Nedim Remili Paris Saint-Germain Nedim Remili sorgt mit seinem Einsteigen für numerische Gleichzahl. Auch er wird progressiv bestraft vom österreichischen Schiedsrichtergespann 2.718.08 Tor für Paris Saint-Germain 11.13 Uhr durch Uwe Gensheimer 2.618.06 2 Minuten für Lasse Swann SG Flensburg-Handewitt Lasse Swann hält Sander Sargosen am Wurfarm und verhindert somit eine klare Torchance. Es gibt die nächste 2-Minuten-Strafe 2.618.04 Tor für SG Flensburg-Handewitt 10.13 Uhr durch Goran Johannessen Flensburg findet auch in Unterzahl seine Lücken Goran Johannessen überspringt die Deckung der Hauptstädter und jagt die harzige Pille schließlich in den linken Giebel 2.518.03 Tor für SG Flensburg-Handewitt 10.12 Uhr durch Holger Glandorf 2.418.02 2 Minuten für Rasmus Laugeschmidt SG Flensburg-Handewitt Beim Versuch Nedim Remili vom Tor abzuhalten, weiß sich Rasmus Laugeschmidt nur mit unfairen Mitteln zu helfen. Es gibt die Zeitstrafe 2.318.02 Tor für Paris St. Germain 10.11 Uhr durch Nedim Remili 2.318.00 Mike Macholan nimmt seine Auszeit zu einem denkbar günstigen Zeitpunkt Denn damit unterbindet der Flensburger Übungsleiter den Gegenstoß der Franzosen, die so gut wie in Ballbesitz waren Er gibt seiner Mannschaft konkrete Spielzüge für die nächsten Minuten mit auf den Weg 2.217 zu 58 Tor für Paris St. Germain 9.11 Uhr durch Luc Avalo Goran Johannessen scheitert am rechten Pfosten und die Hausherren dürfen wieder einen Angriff aufziehen Dabei ist Luc Avalo auf der rechten Seite völlig frei und sticht schließlich im Zuge einer dynamischen Sprungbewegung 2.117 zu 56 Tor für SG Flensburg Handewitt 8.11 Uhr durch Simon Jebsen Simon Jebsen trifft schon wieder aus der zweiten Reihe Mit seinem Wurf aus knapp elf Metern befördert er Rodrigo Corales-Weinal mit ins Netz 2017 zu 56 Witter für PSG Kim Ek-Dai-Duriz leistet sich ein vermeidbares Offensiv-Foul Was den Franzosen eine sehr gute Möglichkeit zur Nichte macht 2017 zu 54 Das kann die Mannschaft von Mike Machula als Kompliment sehen Raul Corales sieht sich nach knapp 20 Minuten zu einer Auszeit gezwungen und winkt mit der grünen Karte 1.917 zu 53 Tor für SG Flensburg Handewitt 8.10 Uhr durch Simon Jebsen 1.817 zu 52 Tor für SG Flensburg Handewitt 7 zu 9 durch Simon Halder 1.717 zu 51 Tor für Paris 7.10 Uhr durch Uwe Gensheimer Uwe Gensheimer bleibt sicher vom Strich und stellt den 1-Tore-Rückstand wieder her 1.617 zu 50 Tor für SG Flensburg Handewitt 6 zu 8 durch Simon Halder In einer ganz entscheidenden Phase bricht der deutsche Meister nicht ein Stattdessen finden die weißen Simon Halt, der die Kugel von links außen in die Maschen drückt 1.517 zu 50 Tor für SG Flensburg Handewitt 6 zu 7 durch Holger Glandorf 1.417 zu 49 Tor für Paris Saint-Germain 6 zu 6 durch Uwe Gensheimer Uwe Gensheimer bleibt vom Strich ganz eiskalt Der langjährige Rhein-Neckar Löwe jagt die Pille in die linke untere Ecke 1.317 zu 482 Minuten für Simon Jebsen SG Flensburg Handewitt Für sein Einsteigen sieht Simon Jebsen die erste Zeitstrafe der Partie Das geht auch in Ordnung, denn er hat seinen Gegenspieler Clare Ampourfam behindert 1.217 zu 46 Tor für Paris Saint-Germain 5 zu 6 durch Uwe Gensheimer Jetzt geht es den Gästen zu schnell Mit einer engagierten Abwehrleistung fangen die Franzosen einen Ball ab und dann geht es schnell in die andere Richtung Von Halblings erzielt Uwe Gensheimer seinen nächsten Treffer 1.117 zu 45 Tor für Paris Saint-Germain 4 zu 6 durch Luka Karabatic Aus einem quasi unmöglichen Winkel trifft Luka Karabatic zum Anschluss für die Hauptsetter 1.017 zu 44 Tor für SG Flensburg Handewitt 3 zu 6 durch Magnus Jondal Nedim Rimli verpasst den Anschlusstreffer Was die SG zu ihren Gunsten auszunutzen weiß Die Schleswiger spielen Magnus Jondal-Muster gültig auf der linken Außen frei Der Netz 1 zum 3-Tore-Vorsprung 1.017 zu 44 Nedim Rimli verpasst den Anschlusstreffer Was die SG zu ihren Gunsten auszunutzen weiß Die Schleswiger spielen Magnus Jondal-Muster gültig auf der linken Außen frei Der Netz 1 zum 3-Tore-Vorsprung 917 zu 42 Tor für SG Flensburg Handewitt 3 zu 5 durch Simon Jebsen Simon Jebsen macht bis dato ein starkes Spiel und ist jetzt erstmals aus dem Rückraum erfolgreich Flensburger sind 2 vor 817 zu 41 Mike Machula kann mit dem Auftritt seiner Mannschaft in den ersten Minuten sehr zufrieden sein Die Deckung hält die Pariser Star-Offensive bislang gut in Schach 717 zu 39 Tor für Paris Saint-Germain 3 zu 4 durch Uwe Gensheimer 617 zu 39 Tor für SG Flensburg Handewitt 2 zu 4 durch Holger Glandorf 517 zu 39 Tor für Paris Saint-Germain 2 zu 3 durch Uwe Gensheimer 417 zu 38 Tor für SG Flensburg Handewitt 1 zu 3 durch Holger Glandorf 317 zu 38 Tor für SG Flensburg Handewitt 1 zu 2 durch Anders Zag Zag Ariassen 317 zu 3 durch Zag Ariassen Beide Mannschaften lassen zu Beginn des Spiels jeweils eine gute Chance liegen Schließlich können die Gäste den Gegenstoß setzen, welchen Anlass Zach Ariassen per Aufsetzer verwandelt. 17.26 Uhr eine so deutliche Niederlage will die in der Liga noch ungeschlagene SG natürlich vermeiden. Der Antwort auf die Frage, ob dieses Vorhaben, gelingt, gehen wir schon in wenigen Minuten auf den Grund, denn die Protagonisten verlassen in diesem Moment die Katakomben und betreten die Platte. Bevor es losgeht, werden die Zuschauer jedoch noch von den Klängen der Wettbewerbshymne verzaubert. 17.20 Uhr das Schiedsrichtergespann im französisch-deutschen Kräftemessen stammt aus Österreich. Ratajko Bräkic und Andrei Jusuf Hocic werden das Duell, welches in seine elfte Runde geht, an der Pfeife begleiten. Noch ist Paris vor heimischer Kulisse ungeschlagen, gegen den amtierenden deutschen Meister. Das letzte Aufeinandertreffen fand im Februar dieses Jahres ebenfalls in der Champions League statt. Damals hieß der klare Sieger PSG 29 zu 21, 17.17 Uhr bei den Parisern trifft der deutsche Meister auf einen alten Bekannten. Drei Jahre lang spielte Henrik Toft Hansen im Dress der Flensburger. In der Saison 2014 Fünfzehntel gelangen dem denen sogar 91 Feldtore. Ich denke immer noch sehr gerne an die Meisterschaft zurück, so der 31-Jährige. Aber nun ist es meine Aufgabe, mit Paris Sieger einzufahren, erklärt der Kreisläufer weiter. Deshalb wird es wohl auch beim Wiedersehen keine Gnade geben. 17.14 Uhr die Hausherren haben indes noch keinen Punkt abgegeben und führen Gruppe B mit zwölf Punkten an. Während Flensburg bei seiner Generalprobe in Bietigheim 33 zu 20 bereits einige Akteure schonen konnte, setzte PSG gegen Expo Wengs 31 zu 27 auf seine Stars. Schließlich ist der Hauptstadtklub in der LNH aktuell nur Dritter, wobei das Team von Raul Gonzalez wohlgemerkt noch ein Nachholspiel hat. Aktuell ist Schomperi Savoy HB Französischalich Primus, 17.10 Uhr. Der aktuelle Platz 4 würde für eine Teilnahme am Achtelfinale zwar genügen, allerdings ist das Machola-Team auch nur drei Punkte von Platz 7 entfernt, der die Schleswiger nicht mehr für die nächste Runde qualifizieren ließe. Die Zähler werden allerdings in anderen Partien eingeplant. Wir stehen vielleicht vor dem einfachsten Spiel der Saison, denn wir sind gewiss nicht der Favorit. Wir wollen uns gut präsentieren, ein Spiel gegen Paris ist immer ein Highlight, so Machola über das Bonusspiel in der französischen Hauptstadt. 17.07 Uhr in der Liga haben die Gäste aus dem deutschen Norden nach dem Gewinn der Meisterschaft nach keinen Punkt abgegeben. Dafür musste sich die SG aus dem DHB-Pokal bereits verabschieden, nachdem man gegen den SC Magdeburg mit 28 zu 31 unterlag. Der Fokus liegt nun also neben der Liga voll auf der Champions League. Da sind die Flensburger nämlich noch nicht so souverän unterwegs wie in der deutschen Meisterschaft. 17.04 Uhr ein herzliches Willkommen zur VELUX EHF Champions League am frühen Sonntagabend. Die SG Flensburg-Handewitt ist in die französische Hauptstadt gereist und will dem Gruppenprimus der Gruppe B wichtige Punkte abknüpfen. Nichtsdestotrotz ist das Team von Mike Machola gegen PSG der klare Underdog. Wir würden uns über eine Überraschung freuen, ab 17.30 Uhr fliegt die Kirsche durch das Stade Pierre de Couberté. Viel Spaß beim Mitlesen!